Woher kriegen Länder ihre Namen? Oft ist der Bezug einfach zu einem ehemals vorherrschenden Volk herzustellen. Nach England kamen im 5. Jahrhundert die Angeln und heute spricht man dort Englisch. Im frühen Mittelalter gründeten die Polanen östlich der Oder fleißig Städte und heute sprechen dort die Polen in Polen polnisch. Westlich des Rheins begannen die Franken um 800 ein gewaltiges Reich zusammen zu erobern, das heutige Frankreich. Und was ist mit Deutschland? Hm, das sieht noch komplizierter aus als normale Geschichte. Wie heißen denn die größten Gebiete? Bayern, Böhmen, Schlesien, Pommern. Nichts davon klingt sehr nach Deutsch. Also woher kommt dieser verflixte Name? Sehen wir uns nach Hinweisen um. Unsere zahlreichen Nachbarn haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Deutschland. Die Slaven nennen die Deutschen die Stummen. Sie, die slawischen Völker, konnten sich untereinander halbwegs verstehen. An der Oder war es mit diesem Verständnis vorbei. Ansonsten stoßen wir in dieser bunten Sammlung tatsächlich auf die Namen von Völkern, die auch mehr oder weniger mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Sachsen, Alemannen, Germanen. Ausschlaggebend waren diese aber auch nicht. Weder als Wortstamm noch als Volk. Moment. Es gab doch irgendwann einmal die Teutonen. Die klingen, als hätte sich das Wort Deutsch von ihnen abgeleitet. Das stimmt. Die Teutonen zogen 120 vor Christus nach Süden, um neue Siedlungsgebiete zu finden. Aber schon 20 Jahre später wurden sie vernichtend besiegt und so entweder erschlagen oder verstreut. Und während die siegreichen Römer davon ausgiebig berichteten, erwähnten sie die Teutonen später mit keinem Wort mehr. Die Teutonen waren also nicht der Namensgeber. Aber sie bringen uns vielleicht auf die richtige Spur. Denn wir werden darauf gebracht, nach ähnlich klingenden alten Begriffen zu stöbern. Und während die Wortherkunft von Teutone nicht gesichert ist, stoßen wir doch auf das Althochdeutsche Diod. Mit dem dazugehörigen Adjektiv Diodisk. Lateinisiert Theodisk. Und ganz ähnliche Wörter im Alt-Irischen, Proto-Germanischen und Proto-Indo-Europäischen, was nahezu ganz Europa als Sprachbasis dient. Damals bedeutete es Volk oder Stamm. Und davon über Jahrhunderte abgeleitet sind das litauische Wort für Nation, sowie das isländische und norwegische Wort für Nation bzw. Volk und, aha, das dänische Tysk, das norwegische Tysk, das schwedische Tyska und das italienische Tedesco, die heute allesamt Deutsch bedeuten. Die Urformen europäischer Sprachen enthielten also zuhauf einen ähnlichen Begriff für Volk, Stamm oder Nation. Manche modernen Sprachen leiteten sich davon ihre Bezeichnung für die Deutschen ab. Andere behielten die ursprüngliche Bedeutung. Aber warum hat denn Deutsch oft den gleichen Wortstamm wie Volk? Im Wesentlichen wurde das Wort Volk auf die späteren Deutschen angewandt, weil sie eine fremde, unangepasste Landbevölkerung ausmachten. Die späteren Deutschen hatten weder eine einheitliche Kultur noch viel freundschaftlichen Kontakt miteinander. Aber wie den Slaven war auch ihnen aufgefallen, dass sie mit all ihren Nachbarn nicht gut kommunizieren konnten, untereinander aber doch recht gut. Westlich des Rheins lag das romanisierte Frankreich, südlich davon Mutter Rom selbst, dabei bedeutete im Mittelalter römisch gleichzeitig christlich. Östlich der Oder wohnten die schon erwähnten Slaven und im Norden waren die Völker entweder sehr ähnlich oder es gab nur Wasser. Die Deutschen waren also aus zwei Gründen abgegrenzt. Sie sprachen anders und glaubten anders. Das zweite verschaffte ihnen als Gruppe die Aufmerksamkeit romanisierter und damit christlicher Nachbarn. Und unter dem Sprachaspekt wurden sie zusammengefasst. Mitte des vierten Jahrhunderts gab es dank Bischof Wulfilla eine gotische Neuübersetzung der Bibel. Darin übersetzte er die Heiden erstmals mit dem Wort für Volk, damit die zentraleuropäische Bevölkerung wusste, dass sie gemeint waren. Karl dem Großen konnte um 800 die Christianisierung seiner Gebiete gar nicht schnell genug gehen, um sein Bündnis mit dem Papst aufrecht zu erhalten. Da nahezu alle Völker am Osten des Frankenreiches Heiden waren und ungefähr die gleiche Sprache sprachen, forderte Karl, Predigten entweder in einfachem Latein oder in der Sprache des Volkes zu halten. Aus Gemeinsamkeit durch Anderssein wurde bei den Deutschen bald ein Sinn für Zusammengehörigkeit. 955 vereinigte Otto I. viele unterschiedliche deutsche Stämme auf dem Lechfeld, um die Ungarn zu besiegen. Damit war ein gemeinsamer Feind vertrieben und eine gemeinsame Identität ein Stück näher. Wenig später tauchen in einem volkssprachigen Gedicht erstmals deutsche Sprecher, deutsche Menschen und ein deutsches Land auf. Darin ist gut zu erkennen, wie das ehemalige Wort für das Volk immer mehr zum Eigennamen wurde und auch die Schreibweise schon der heutigen ähnelt. 200 Jahre später wurde in der Kaiserkronik die Geschichte römischer und deutscher Kaiser von Cäsar bis zum zeitgenössischen Konrad III. zusammengestellt. Darin finden sich dann auch erste Verwendungen der Bezeichnung die Deutschen für die ehemaligen Ostfranken. Es dauert aber noch weitere 400 Jahre, bis definitiv von dem Deutschland gesprochen wird. Ein langer Weg vom uralten Wort für irgendein unbestimmtes Volk über die Christianisierung bis ins 15. Jahrhundert. Aber seitdem und bis heute sprechen nicht mehr die zahllosen Stämme des Ostfrankenreiches die Sprache des einfachen Volkes, sondern die Leute in Deutschland auf Deutsch von sich als Deutsche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017